Guten Morgen meine lieben Zuschauer zum heutigen JFD Devisen oder am Montag, dem 6. März. Es grüßt dir Chris Kemmerer und wir wollen wieder auf den Markt schauen. Heute ein kleiner Mix im Sinne dessen, dass wir uns einem Rohstoff zuwenden und einem Devisenpaar, aber auch hier natürlich einer Gegebenheit, die sich recht häufig schon ableiten ließ, nämlich hier diese negative Korrelation zwischen dem Öl und dem kanadischen Dollar, Schrägstrich vielmehr noch dem Looney, dem US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar und das schauen wir uns mal. Beginnen wir mit dem WTI-Öl. Ja, das hatten wir schon seit einiger Zeit hier im Fokus und wir sehen immer noch dieses zähe Verhalten im Bereich 53, 85, 54 US-Dollar hier Barrel. Hier geht es irgendwie nicht so recht zur Sache. Man muss ganz klar sagen, der Markt hat hier irgendwie deutliche Schwierigkeiten in einer Art und Weise hier nach oben aufzudrehen. Das Widerstandslevel oder die Clusterzone im Bereich um 54 Dollar hier Barrel lässt sich hier sehr schön horizontal ableiten und dieses Niveau ist es, wo der Ölpreis eben tatsächlich ins Stocken geriet. Und jetzt unlängst, wir sehen den schwachen Wochenauftakt, wurde angenommen, dass wenn wir mal hier über 54 rausbrechen würden, ja, auch per Daily Close, das ist ja dann auch sogar geschehen hier am 10. Februar und dann auch hier insbesondere mit diesen Kerzen von Ende Februar, will ich fast meinen, ja, da kam aber nichts weiter. Also hier fehlt wirklich, wirklich die Dynamik und man muss einfach sagen, das sollte man jetzt ein Stück weit Vorsicht walten lassen, denn einerseits ist zwar die Konsolidierung auf hohem Niveau recht bullisch zu interpretieren, ja, wir haben ja hier die Aufwärtsbewegungen gesehen seit Ende letzten Jahres, sehr schöne impulsive Muster, aber immer mit höheren Hochs begleitet und ja, grundsätzlich haben wir hier, wenn der Preis sich oberhalb von 52 Dollar hier Barrel hält, immer noch einen positiven Grundbier, so will ich es mal sagen. Aber es tut sich natürlich schwer, hier langsam noch an weiter steigende Preise zu glauben, wenn der Preis hier nicht nach oben durchkommt. Das ist ganz klar. Und die Saisonalität auf Tagesbasis, was sagt die uns? Wir gehen mal 40 Tage in die Vorschau. Rückenwind ist gegeben, deswegen auch hier der blaue Pfeil, den ich mir jetzt mal erlaubt habe, ein Stück weit nach drüben zu ziehen. Auch hier natürlich volatil schwanken, keine Frage, aber generell die Tendenz nach oben gerichtet und das dürfte, sollte den Ölpreis eigentlich beflügeln. Aber Sie sehen ja, hier kommt so richtig keine Power zustande und insofern würde ich persönlich erst das Ganze befürworten, wenn wir hier deutlich über 55 jetzt rausgehen per Tagesschluss. Also nicht deutlich, sondern eben für 55 USD je Barrel wäre meines Erachtens dann hier ein Signal gegeben, das letzte hoch zu überschreiten und hier die Marke von 58 schrägstrich 59 Dollar anzusteuern. Erst dann dürfte es interessant sein. Allerdings haben wir heute eine negative Vektor-Fuzzi-Logik und auch einen schwachen Wochentag. Und wir sehen auch aktuell hier die bisherige Entwicklung, die sich durchaus noch ein Stück weit nach unten fortsetzen könnte. Und gegebenenfalls, liebe Zuschauer, gibt es hier die Chance im Bereich um 52 Dollar Aufsicht von heute, Schrägstrich morgen, vielleicht auch bis zum Mittwoch hier nochmal günstig ins Öl reinzugehen, um dann an einer möglichen Aufwärtsbewegung auch im Sinne der Saisonalität teilzunehmen. Spekulativ also hier ein Stieger im Bereich um 52 Dollar je Barrel durchaus denkbar. Gibt es den Daily Close hier unterhalb von 51,40, also insbesondere unter dem Tief dieser Kerze vom 10. Januar. 51,40 war das Tief. Dann wird es durchaus ein Stück weit rutschig. Dann könnte es hier im Sinne des Ölpreises durchaus noch weiter in den Süden gehen. Aber grundsätzlich bleibt der Bias erst mal bestehen, sodass man hier sagen muss, okay, die Chancen auf der Oberseite sind einfach gegeben. Gehen wir kurz in den Stundenchart. Wir sehen hier die Schwäche. Wir sehen auch hier so ein Stück weit einen Rounding Top auf der Oberseite. Also so richtig bullisch wirkt das alles irgendwie nicht. Und insofern haben wir jetzt hier die Situation, dass der Markt sich durchaus ein bisschen schwer tut. Wir haben hier ein Widerstandscluster, das hier im Bereich 53,50 sehr schön zu lokalisieren ist auf Stundenbasis. Das muss man ganz klar sagen. So. Und vor Zwektrologik hole ich ihn mal schnell auf den Schirm. Sekunde. Brauchen wir noch das richtige Fenster? Da haben wir es. So. Da haben wir heute hier eine bärische Konstellation beim WTI-Öl. Und es wird orakelt mit einer Trefferquote von knapp 64 Prozent in 649 Erscheinungen, das wir heute minus von 1,24 Prozent sehen. Und das Tagestief heute im Bereich 52,33 liegt der Klaus bei 52,67. Aber Sie sehen, ja, das ist schon noch deutliches Abwärtspotenzial. Und wenn wir uns jetzt mal den Pivot-Point dazu holen, einfach um den Fingerabdruck des Vortages ein Stück weit zu skizzieren. So, da ist er. Dann bleibt das Setup bärisch unterhalb des Pivot-Points von heute. Heißt kurzfristige Erholung. Sollte es gegebenenfalls sogar hier nochmal einen Spike in Richtung 53,50 geben, wären meines Erachtens Chancen, um hier auf einen Shortzug zu spekulieren. Ansonsten neues Tagestief spricht für Rückläufe bis eben in dem Niveau von 52,33 etwa, um dann natürlich gegebenenfalls eine Erholung zu sehen. Aber WTI heute also eher bärisch zu sehen. Zumal erst hier oberhalb von 53,50 könnte man auch hier das Hoch vom Freitag nehmen, 52,62. Erst dann wären hier die Bullen wohl wieder am Zug. Aber das bleibt eher die untergeordnete Option für heute. Schauen wir noch kurz auf den Wochentag. Ich sagte ja schon, da ist es nicht ganz so bullisch für das WTI-Öl. Und zwar ganz so ist es auch relativ, aber 49 Prozent ist eine leicht negative Statistik. Insofern kann man hier auch nicht den Bullen raushängen lassen. Und es bleibt also dabei, dass hier der Markt grundsätzlich eher gen Süden orientiert sein dürfte. Bleibt spannend, ist spannend. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in die Handelswoche. Und jetzt kommt noch das Währungspaar US-Dollar Cut. Keine Panik. Ich habe es nicht vergessen. Aber das war es für zwischendurch. Gut, der Ölpreis scheint ein Stück weit zur Schwäche zu neigen. Was tut der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar? Der legt hier zu. Also der kanadische Dollar leidet unter einer Schwäche des Ölpreises. Und Ölpreises insbesondere in der letzten Zeit hatte der US-Dollar auch nochmal hier stark aufgelegt in der vergangenen Woche, beziehungsweise zum Auslauf des Märzes, Februars und mit Beginn des Märzes. Und ja, es hat sich im Prinzip das erfüllt, was wir hier erwartet haben, dass die Preise durchaus noch ansteigen können. Insbesondere durch eine gewisse US-Dollar-Stärke, die wir hier durchaus sehen und auch weiter sehen könnten. Der Weg nach oben scheint im Prinzip hier weiter vorgezeichnet. Das ist ganz klar. Spricht ergo auch durchaus noch für einen fallenden Ölpreis, der sich hier wie gesagt definitiv im großen Bild, gehen wir nochmal kurz zurück, durchaus bullisch zeigt. Aber unterhalb von 55 Dollar je Barrel und eben hier im Bereich von 52 Dollar weiter seitwärts oszillieren kann. Und wenn der Dollar jetzt hier eine gewisse Stärke erfährt, dann dürfte auch der kanadische Dollar da eben unter Druck geraten. Und hier bleibt eigentlich das Niveau um 1,36 ein mögliches Ziellevel für den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Das sollte so bleiben. Und erst unterhalb hier von 1,33 den Support, den wir hier neulich überwunden haben, also es war einst ein Support, dann hier sehr schön als Widerstandslevel auch bestätigt, dann mit den Moves der letzten Woche hier schön durchgebrochen. Geht es unterhalb von 1,33, dann muss man nochmal 100 Pips Abschlag in Richtung 1,32 in Kauf nehmen. Aber viel, viel tiefer dürfte es meines Erachtens eigentlich dann nicht gehen. Warten wir mal ab, was passiert. Letztlich hier auch Intraday interessant der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Wir sehen hier heute, wir kommen von den Tageshochen ein Stück weit zurück. Aber, jetzt müssen wir uns mal hier die Pivot Points rausnehmen, weil das gerade von der Sonntagskerze noch herleitet. So, sehen wir nach den starken Bewegungen hier von der vergangenen Woche eine Seitwärtskonstellation. Gehen wir mal in den Stundenchart, um das noch ein bisschen genauer zu machen. So, und ja, jetzt sind wir hier aktuell in der Schwäche, sehen aber auch im Stunden-Intraday-Bereich hier ein schönes Support-Level. Da sind wir exakt aktuell dran. Und, das ist auch spannend. 1,33,81 sind wir gerade. Wohlbemerkt hier, JFD-Indikation. Was sage ich Indikation? JFD-Handelsplatz. Live-Interbankenpreise. Keine Indikation, wie bei irgendwelchen anderen Hokus-Pokus-Erscheinungen. Deswegen immer darauf achten, wenn Sie mit JFD handeln, handeln Sie mit dem Interbankenmarkt. Ihr Vorteil, Ihr Zugang zu den Großbanken, um hier auch wirklich faire Preise im Sinne eines fairen Tradings abzufassen, ohne irgendwelche Gaukeleien. Hier letztlich US-Dollar, Kanadisch-Dollar. Haben wir ein bullisches Pattern hier mit sehr schönen Stats. Okay, bei den knapp 79-prozentigen Trefferquoten, 14 Erscheinungen, ist ein bisschen dürftig. Auch der prozentuale Aufschlag ist ein bisschen dürftig. Aber was Interessantes, die lokal errechneten Tiefs, insbesondere beim ersten Pattern hier mit knapp 64 Prozent und 183 Erscheinungen, da sind wir knapp dran. Deckt sich auch ein Stück weit mit der Unterstützung. Also viel, viel tiefer sollten wir nicht gehen. Gegebenenfalls der Montag immer ein Stück weit mit Vorsicht zu sehen. Haben wir aber hier eine gute Chance beim US-Dollar gegenüber dem Kanadischen Dollar. Intraday auf aktuellem Niveau hier eine mögliche Stabilisierung zu erfahren. Kleiner Peak noch nach unten und dann gegebenenfalls mal hier den neuen Auftrieb nach oben. Wäre hier eine spekulative Chance, um im Sinne der Intraday-Fuzzi-Logik zuzuschlagen. Das Einzige, was nicht passt, ist der Wochentag. Das ist so ein Stück unglücklich. Jetzt gehen wir nochmal hier auf den Montag. Schwache Montag. Nicht so gut für den US-Dollar gegenüber dem Kanadischen Dollar. Insofern deckt sich das leider nicht mit dem positiven Pattern. Aber die Statistik zeigt hier, hey, da könnte es klappen. Machen wir also hier keine deutlich neuen Tiefs, dann könnte man auch das Tief hier, dieser Late-Night-Kerze vom 3. März bei 1,3371 eben. 1,3371. Schaut es her, da werden wir dann auch hier unterhalb des Pattern-Tiefs. Wenn wir da runtergehen, okay, dann hat sich wahrscheinlich das politische Pattern für heute erledigt. Gerade per Stundenpreis. Dann könnte es wie gesagt dann doch deutlicher tiefer gehen. Aber halten wir uns da, könnte das ein spekulativ interessantes Setup werden. Wohl bemerkt. Man muss immer aufpassen, dass hier der Markt gerade am Montag, und das sagte ich ja schon, ein Stück weit mit Vorsicht zu genießen ist. Der Montag hat hier so seine Tücken, wie man immer so schön sagt. Teilweise fehlt es da an Liquidität. Teilweise halten sich die Marktteilnehmer zurück. Gerade die Big Banks orientieren sich ja hier gerade für den neuen Wochenstart. Das muss man am Montag immer berücksichtigen und hier auch immer ein Stück weit ins Kalkül ziehen. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall interessant, sich einfach mal den WTI-Ölpreis und eben den kanadischen Dollar im Detail anzuschauen. Und ich hoffe Ihnen hierbei den ein oder anderen Einblick gegeben zu haben. Einfach mal, um auch natürlich gerade den Kontext zwischen Rohstoffwährungen und hier zum Beispiel eben dem US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar speziell und dem WTI-Preis hier dann in das Kontext zu nehmen. Und jetzt zum Abschluss, wie gesagt, auch wie immer an dieser Stelle jetzt hier noch der kleine Hinweis im Sinne des Risikoausschlusses. Ich wünsche Ihnen aber auf jeden Fall einen guten Start in die Handelswoche. Seien Sie wachsam, vergessen Sie die Stops nicht und vor allen Dingen vergessen Sie nicht, mit wem Sie handeln. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Ciao dabei, Ihr Chris Kemmerer und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.